Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die zufällige Star Wars Boss Challenge. Und die geht so. Falls wir Wobba Fett bekommen, dann dürfen wir nur Bauties annehmen und müssen versuchen damit Leute zu killen. Falls wir einen Stormtrooper bekommen, dann dürfen wir nur mit ihren Blastergewehren spielen. Wenn wir Kylo Ren bekommen, dann nur mit dem Lichtschwert. Und so weiter und so fort. Die anderen seht ihr einfach im Video. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, das ist ein Like und ein Abo da. Tragt wie immer gerne mein Creator Code Wannabe im Itemshop ein. Und jetzt erstmal gucken, welchen Star Wars Boss wir als erstes bekommen werden. Okay, Leute. Erste Runde. Wir spielen als Sturbtruppler. Ich habe meine Einheit da oben verloren. Das heißt, wir müssen jetzt zu den Außenposten gehen. Müssen uns diese Blastergewehre holen und holen damit dann easy peasy einen epischen Sieg. Ist doch ganz klar. So, wo sind die überhaupt? Ich glaube, die sind hier vorne. Irgendwo kann das sein. Hoffentlich geht da keiner runter. Hallo Jungs. Ich wurde hier hinversetzt. Der Befehl kommt von ganz, ganz oben. Ist gar keiner. Doch, da sind die Idioten hier. Ich höre es euch. Das sind Marv und Harry wieder. Warum kommt denn hier keiner? Kann es sein, dass die keinen Bock auf euch haben? Hallo? Was geht? Ich bin jetzt auch hier. Habt ihr ein Problem damit? Wenn ihr ein Problem habt, dann f*** ich euch. Okay. Was sagst du so? Hast du den neuen C-17 gesehen? Äh... Nee. Ich meine... Ja, ja, ja. Hab ich gesehen. Ja, ja. Hab ich. Hab ich. Der ist voll cool, Alter. Ist der da vor mir? Du hast doch gerade was anderes gelabert. Das bleibt... Wenn ich was kaufe, erzählt der was anderes. Ich bin der beste Schütze der ersten Legion. Jetzt hab ich noch eine gekauft. Wollte ich doch überhaupt gar nicht. Du zockst mich ab, Junge. Du bewegst dich auf ganz dünnem Eis. Was ist mit dem hier? Ich sag dir alle dasselbe. Ihr seid ja voll langweilig. Was ist denn hier drin? Ey, ist nur Kacke drin. Und was ist hier drin? Ach, hör doch auf, Alter. Ist das euer Ernst? Wieso steht denn da mal eine Million? Steht das immer da? Die hat unendlich? Die hat nur eine Million Schuss? Das ist ja viel zu wenig. Wie soll ich mit einem Millionen Schuss klarkommen? Ich werde daneben schießen. Ich hab ne Idee, was wir jetzt machen werden. Ein Typ hat ja gesagt, er ist der Beste der Einheit, ne? Solange kein Gegner hier ist. Werden wir jetzt mal den Airstrike austesten. Oder Hühnchen, was sagst du dazu? Das hier ist für euch. Alarm! Alarm! Oh mein Gott, das wird funktionieren. Tschüss! Oh mein Gott, da ist irgendwas weggeflogen. Das ist ziemlich kacke. Warum geht jetzt beide auf mich drauf? Du bist doch der Beste der Einheit. Du triffst ja überhaupt nichts. Du olle Pupsbacke. Okay, der ist schon mal tot. Ich will mal gucken, ob wir gleich weniger als eine Million Schuss haben. Ey, die sind so schlecht, ne? Das ist halt wie in dem Film. Treff mich einmal, komm. Einmal. Why are you bullying me? Ich einmal treffe, komm. Schieß einmal. Ey, das reicht. Oh Gott, wir müssen die schnell wegschaffen hier. Äh. Oh oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss hier eine verstecken im Busch oder so. Wenn der da vorbeikommt, darf der nicht wissen, was hier passiert ist. Oh, da ist einer mit Lichtschwert. Der ist bestimmt so ein Ekliger. Wenn ich einen Airstrike hier hinlege, wird den auf mich machen. Und deswegen werden wir den hier hinwerfen. Komm mal hier hin. Kommt, oder? Oh mein Gott. Der wird so hier hinkommen. Ich bin einer der Einheit, der Stormtrooper. Da ist er. Er wird den Airstrike nehmen. Hallo? Ja, ihr habt einen Kampf stattgefunden. Lauf jetzt nicht weg, Grottel. Nimm mal den Airstrike mit. Boah, geil. Hehehe, glaubts wirklich. Ich bin ein Stormtrooper. Boah, alter, geil. Ey, unnormal. Ich verkaufe leider nichts. Nein, ich bin gestorben. Nein. 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 Schade. Der Team hat mich direkt weggefailt. Der wollte echt was kaufen. Okay, Leute. Neue Runde, neues Glück. Wir spielen als Kopfgeldjäger. Und warum machst du hier so Ärger? Hör auf zu schießen, sonst hole ich mir gleich deinen Kopf. Hä? Du hast ja gesagt, was gällt für deinen Kopf. Ey, das wird richtig heftig werden. Ich sag's euch. Ich bin Boba Fett. Wieso ist der eigentlich fett? Genau. Boah, Freunde, das wird so schwer werden, diese Runde. Wir dürfen nur Leute killen, deren Kopfgeld wir angenommen haben. Das heißt, wir können immer einen killen, damit wir die Location wechseln. Ja, und gegen andere können wir dann nichts machen. Das wird so schwer werden. Wer denkt sich solche Challenges bitte aus, ne? Bitte gebt mir die Waffe. Okay, die ist schon lange weg. Alles klar. Danke, Bruder. Gut, wenn wir hier runtergehen, dann haben wir direkt eine Waffe am Start. Und heal. Aber wir dürfen immer noch keinen killen. Ja, killt euch gegenseitig. Hat er den... Verpisst dich, Junge. Nein. Verpisst euch. Ich muss ja erst die Bounty annehmen. Schnelltrik 17 machen. Komm her. Mach kein Auge. Wer ist denn mein Target? Bist du mein Target? Ich glaub, das ist mein Target. Okay, den haben wir schon mal. Der ist schon mal tot. Ey, das läuft ja hier wie geschmiert, ey. Ja, und jetzt? Kann ich jetzt noch eine Bounty annehmen? Oh mein Gott. Ey, ich kann keine Bounty mehr annehmen. Oh, oh. Oh, oh. Schnell weg hier. Mach dein Jetpack an, Boba. Oh, da wird einer von drei Leuten angegriffen. Ey, ich glaub, wir haben ihn, Alter. Der hat ja die richtige Arschkarte. Der wird so sterben. Leute, die haben den echt gekillt. Oder? Ja, gut. Was lernen wir daraus? Leg dich niemals mit den Sieben an. Sonst gibt's auch die Schnauze. Alles okay, Jungs? Wer hat denn euch angegriffen hier, hä? Das hätten die lieber nicht gemacht. Wo ist denn die nächste Bounty? Die können nichts machen hier. Ich seh in den Leuten drin. Das ist meine Gang. Oh. Ey. Schieß doch nicht auf mich, du Idiot. Ey, du Trottel. Hilfe. Ich will nicht drauf gehen. Okay. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Aber absolut gar nicht. Okay, Leute. Nächste Runde. Wir spielen das erste Mal direkt mit einem Lichtschwertträger. Einem Sith. Und ein Sith-Lot ist der jetzt nicht, ne? Das ist eigentlich nur eine Pupsbacke. Aber egal. Ey, ihr sollt mir mal einer High-Five geben. Ich hab eine kleine Überraschung für euch. Komm mal her. Gibst du mir High-Five? Komm mal her. Er macht's, er macht's. Nein, ich hab abgeworfen. Komm, mach nochmal. Let's go. Wir werden ihn jetzt schon niederstrecken mit das hier, Junge. Mein Lichtschwert. Komm, schießt da einen auf mich. Hä? Okay. Let's go, Freunde. Diese Runde dürfen wir also nur das Lichtschwert benutzen. Wir müssen versuchen, damit einen epischen Sieg zu holen. Und wer das Lichtschwert kennt, der weiß, dass das halt nicht so geil ist. Vor allem ist das gar nicht so einfach zu finden. Aber ich mein, hier vorne hätte ich das zu 100% in jeder Runde gefunden, wo ich nach dem Helikopter gesucht habe. Das muss doch auf jeden Fall hier sein. Angriff der Pupsnasen. Wie heißen die nochmal? Wir sind die erste Order. Wie heißen die so? Das ist jetzt unser... Ey. Ob ist hier kein Lichtschwert? Ob ist denn der Heli ist da, ey? Ich glaub das nicht. Aber ich find diese Animation richtig geil. Ey. Man braucht ein Lichtschwert und was kriegt man? Einfach nur. Hoffentlich finden wir hier irgendwo was. Den Loki Jam Jam. Ey. Da unten ist irgendwas. Wird es das Lichtschwert sein? Für Kaido Ren. Es ist... Die Dreckswaffe. Das glaub ich doch nicht. Ey. Das ist wie die Drecksackblase. Nur noch viel schlimmer. Ey. Ich hab hier keinen Bock mehr. Guck mal. Der Typ, der hat schon Waffen am Start. Ich verpiss mich lieber. Oh, oh. Sorry. Das wollte ich nicht, Herr Baum. Das war ich auch überhaupt gar nicht. Ist das ein Lichtschwert? Komm, das ist ein Lichtschwert, oder? Das ist schon wieder die Pupsbackenwaffe. Das gibt's doch gar nicht. Ich brauchte nur einmal Lichtschwert. Oh mein Gott. Lol. Ich bin fast gestorben. Ich bin der Anti-Syp-Lord. Ich hab weder Lichtschwert, noch bin ich in der Lage, hier überhaupt rumzuspringen. Ey. Ey, was passiert hier? Die Suche geht weiter. Ey, guck mal. Der ganze Himmel ist schon rot. Jetzt aber, oder? Oh mein Gott. Wir haben eins. Und das ist sogar das von Kylo Ren. Let's go. Die Runde kann endlich starten. Nach einer halben Stunde. Das Gute ist nämlich das Lichtschwert von Kylo Ren. Das wisst ihr selber. Das sieht viel cooler aus. Und dadurch ist es auch viel stärker. Guck mal. Da links ist schon einer. Hallöchen. Wie geht's denn dir heute so, hä? Hast du ein Lichtschwert dabei? Willst du vielleicht kämpfen? Oh, das war gar nicht so gut. Wow. Du hast eine Laserwaffe dabei. Lauf mal nicht weg. Bleib mal stehen. Stopp. Und hau rein, Junge. Ey, ich liebe diese 150er. Wer ist das denn? Was? Wer bist du denn? Wer bist du? Ey, der macht meinen Kopf da kaputt. Hör doch mal auf damit, du kleiner Sports-Freund. Wow, der ist ja schon tot. Alles klar, Digga. Der hatte anscheinend schon vorher einen Fight. Kann das sein? Vorne war eine goldene Krähe. Lol, was macht die hier? Könnte da ein Lichtschwert drin sein? Glaub eher nicht. Wer greift denn hier jemanden an? Ist das der Freak? Freunde, schreibt mal in die Kommentare rein. Welchen Star-Wars-Film feiert er mich am meisten? Ich sag euch, bei mir ist das einfach Rogue One. Der ist so geil. Vor allem das Ende. Ey, wer geht denn hier auf mich drauf? Hört doch mal auf. Ey, Lami, was machst du denn hier? Wer greift dich denn an? Deine bösen, dunklen Mächte sagen mir... Oh Gott, hier ist doch einer. Ich wollte es gerade sagen. Und dann noch der Schlimmste von allen. Lol, die Zuckerstange. Den habe ich letzte Runde schon gekillt. Sagt ihm das aber nicht. Ich hatte einen Freund dabei. Ich komme wieder. Er hat sich Verstärkung geholt. Letzte Runde habe ich den alleine weggeholt. Und jetzt machst du sowas hier, hä? Das wird ein Two-on-One. Oha, drei Leute. Alles klar, Bruder. Au, rein, Junge. Wie heißt der? Palpatine? Spaß, so hieß der überhaupt nicht. Ich bin gerade richtig im Star-Wars-Modus drin. Was soll ich denn die anderen beiden fertig machen? Ich schieße noch einer. Lol, wo kommt ihr auf einmal her? Guckt euch den an. Ihr denkt einfach, die Stadt gehört ihm. Was ist das hier, hä? Jedi-Tempel oder was? Hä? Oha, der weiß, wo ich bin. Komm mal her, mein Sports-Freund. Ich werde mich jetzt auf den stürzen. Oder auch nicht, weil der schon hochkommt. Das gefällt mir ja gar nicht. Bleib mal unten. Ey, Zuckerstang, Alter. Bleib mal weg. Du bist ja richtig süß. Aber so süß will ich dich gar nicht. Ich verpiss mich lieber. Oh, oh. Wollen wir den wieder? Dann mache ich den fertig. Ey, hör doch mal auf. Das ist ja kein Jump'n'Run, Alter. Und wenn das hier auf geht, oh mein Gott. Der hat ja gar keine Ahnung gehabt. Junge, du musst den Lichtschwert nehmen, damit wir kämpfen können. Ey, die Zone kommt ja schon. Ich verziehe mich lieber. Ich habe jetzt Busfahrer, Sith Lord, der Busfahrende Sith Lord. Was ist das denn? Busfahrer und Meister des Lichtschwerts. Was machst du hier oben? Ey, die haben den ja gefixt. Der Bus geht ja nicht mehr richtig. Oh, oh. Machen sie den Weg frei. Oha, ich packe hier einfach einen Bus und einen Helikopter. Bleiben sie stehen. Oh, oh. Du hast die sieben angegriffen. Gar keine gute Idee. Da oben sind noch welche. Hä? Ist da noch einer? Ich checke hier gar nichts mehr. Da oben holen wir uns noch. Der ist ja komplett abwesend. Ey, wo will der denn hin? Ey, Forrest, bleib mal stehen. Nachname Gump. Lauf, Bruder. Machst du wieder Marathon oder was? Oha. So, so, so. Okay, ich werde dabei haben, aber dann mich angreifen. Das sind alles Opfer. Ottos. Hört das hier? Das ist gleich keine Chance mehr. Gleich habe ich dich. Bleib stehen. Und Feuer. Ja, okay, der war easy. Das war noch so ein süßer Pallar war. Da hat er eh nichts drauf. Den anderen greifen wir nicht an. Gar keinen Bock drauf da hinzugehen. Mach's gut, du Pupsbacke. Gar keine Lust, dich anzugreifen, Alter. Das Problem ist halt im No-Build-Modus, dass du, wenn du einen mit dem Lichtschwert angreifst und der hat keinen Bock drauf, dann läuft er einfach weg. Ja, aha. Das hatte ich auch letzte Runde schon. Locker, hier ist irgendwo einer. Das sieht aus wie ein Jedi-Tempel. Das sieht aus wie ein verlassener Tempel. Ey, wer schießt denn hier? Luke, bist du das etwa? Was versteckst du denn dich hier drin, hä? Ich komme jetzt mal runter, dann reden wir miteinander. Ohne Lichtschwert, ohne Kratzen, Beißen und so. Ey, das ist gar kein Luke. Das ist eine Sie. Das ist eine Leia. Ey, was willst du von mir? Oh mein Gott, größter Fehler. Ich habe den Highground. Ich mache dich fertig. Ey, das klappt ja wirklich. Wenn ihr den Highground habt, habt ihr einfach gewonnen. Wenn das schon damals der Anakin Skywalker gewusst hätte, dann wären die Beine noch dran bei dem. Nur einer beim Jedi-Tempel, die ist ja gar keiner. Ich hätte mal gern ein anderes Lichtschwert. Wir haben einfach nur das eine bis jetzt gefunden. Kann das sein? Ihr seid mein Auge. Habt ihr noch andere Lichtschwerter gesehen? Schreibt es in die Kommentare rein. Bringt mir im Nachhinein nichts mehr, aber egal. Aber noch kein einziger hat ein Lichtschwert. Was machst du denn hier unten? Hallöchen. Machst du den Weg frei? Boah, der ist so sümpfenaktiv. Ey, Yoda, Alter. Mach mal keinen Stress hier. Boah, das ist schon. Geht nicht. Uh. Der ist fast im Sumpf versunken. Ihr habt es gesehen. Der war ja vollkommen durchgedreht. Das war auch ganz sicher kein Bot. Ich glaube, das war ein Pro-Gamer. Könnten den Drop mitnehmen. Das Problem ist, der Heli hat auch kein Benzin mehr. Benzin ist teuer geworden. Ey, wer schießt denn hier? Macht mal locker hier. Macht keinen Ärger. Boah, da ist jemand am Blut-Drop. Nein, ich wollte ihn doch haben. Was machst du beim Blut-Drop hier, hä? Das ist ab jetzt beschlagnahmt. Von mir. Du kannst weglaufen. Du kannst dich verstecken. Aber du wirst mich je nicht treffen. Versuch's doch. Boah. Jetzt ist es geschafft. Wieso so gut, hä? Bleib mal stehen. Das Lichtschwert wird dich eh schnappen. Feuer. Oh mein Gott. Ey, dieser 150er ist so widerlich. Und wenn dem sein Schild weg ist, dann direkt Chichi Chichi in die nächste Runde mit dir. Gib uns was Geiles. Okay, das war nichts Geiles. Zehn Knitzhäune mit Lichtschwert. WTF. Was geht hier ab? Das waren vielleicht nicht die heftigsten Gegner. Aber das ist mir scheißegal. Könnten die ganze Runde in der Luft bleiben. Oder auch nicht. Da schießt der Nächste auf mich. Was macht ihr mit dem Hilly? Oh mein Gott, nein. Da kommt eine Rakete. Houston, wir gehen runter. Okay, okay, okay. Ich verpiss mich. Das ist gar nicht gut. Wen haben wir denn hier? Da ist einer. Hier vorne war da auch noch einer. Oh, der ist sogar am Loot-Druck. Oh oh. Oh oh. Gar nicht gut. Diese Waffe, die hasse ich über alles. Traummelgewehr ist so unfair. Ich glaub gar nicht, wie oft ich damit schon gestorben bin. Ich greife die jetzt einfach von hinten an. Das wird so ekelhaft werden. Guck, ob die das überhaupt checken werden. Warum habt ihr aufgehört zu schießen? Macht mal weiter. Ja, weiter gegeneinander. Let's go. Let's go. Die beiden gegen den Armen alleine hier. Leute, der hat einen gekehlt. Und jetzt gibt's das Lichtschwert. Der spielt aushaut. Nimm das hier, Junge. Oh mein Gott, eins gegen eins. Gegen Spider-Man. Uh. Let's go, Leute. Ewischer Sieg. Und das mit dem Laserschwert. Was? Ey, ich glaub das nicht. Der letzte war, glaub ich, einfach der Zuit, der die Krone dabei hatte. Ja, gut, Leute. Das war die Star Wars Challenge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes als zufällige Challenge machen können. Und jetzt geht mal endlich in die Sonne. Raus. Macht Hausaufgaben. Macht sonst was. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal.